Herzlich willkommen bei Amthors Anträgen. Ab heute geht es los mit meinen Top 3 Anträgen und bei Platz 3 wird es gleich digital. Die Junge Union fordert eine Urheberrechtsreform 2.0 und einen digitalpolitischen Neustart für Europa. In der Diskussion um Uploadfilter haben wir es unserer Generation nicht ganz leicht gemacht und deswegen wollen wir für neues Verständnis werben. Es ist gut, dass die CDU mit der Digitalkarta jetzt klar auf Akzente setzt. Wir sagen, und das ist der Auftrag der Jungen Union, wir wollen ein digitales Urheberrecht ohne Uploadfilter. Ein sehr spannendes Thema und morgen geht es weiter mit Platz 2 und am Freitag sehen wir uns bei Leipzig Live, unserer Social Media Show zum Bundesparteitag.